Wir haben einen neuen Drucker entwickelt, der in der Lage ist, beliebige Strukturen ohne Stützmaterial zu drucken. Das bedeutet, dass wir erstens weniger Material brauchen, zweitens, dass die Druckzeiten kürzer werden und drittens, dass auch die Nachbearbeitung, also das Entfernen von Stützmaterial, damit komplett wegfällt. Wir haben das Ganze, indem wir die Druckdüse um 45 Grad geneigt haben und eine zusätzliche Rotationsachse um Z-Achse integriert haben, die den Druckkopf beliebig um die eigene Achse drehen können. Was wir zudem gemacht haben, ist die Druckdatenaufbereitung. Wir haben neue Algorithmen entwickelt, damit es so möglich ist, die Geometrie vollautomatisch zu machen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017